Die ganze Welt ist vernetzt. Wir alle benutzen Computer. Es gibt Millionen und Abermillionen Festplatten und Server rund um den Globus, die von Unternehmen und Privatleuten genutzt werden. Und fast alle können miteinander über das Internet kommunizieren. Doch die Sicherheit dieser Geräte und die auf ihnen gespeicherten Daten sind in Gefahr. Denn heute sind nationale Grenzen, Zeitzonen und Schutzvorkehrungen kein Hindernis mehr für kriminelle Einzeltäter oder das organisierte Verbrechen. Für die Täter ist es kein Unterschied, ob der Computer, den sie angreifen, in China, Indien, den USA oder Kanada steht. Denn das spielt keine Rolle, wenn es ums Internet geht. Ich könnte also hier sitzen, einen Computer benutzen und irgendwo auf der Welt einen anderen Computer manipulieren. Sie kennen sich aus im Web. Sie wissen, wie sie die Sicherheitsvorkehrungen umgehen können, die Privatleute oder die Bank installiert haben. Es ist erschreckend. Internetverbrecher haben heute nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Der Vorteil für Kriminelle, die im Internet ihr Unwesen treiben, ist die Anonymität. Keiner weiß, dass man ein Verbrecher ist, dass es sich um ein illegales Geschäft handelt. Keiner weiß, dass man kein rechtmäßiger Kunde ist. Und bei manchen Online-Verbrechen ist man nicht nur anonym, sondern auch noch unauffindbar. Da die Macht der Polizei an der Staatsgrenze endet und Kooperationen mit anderen Ländern oft aus politischen Gründen scheitern, sind die Chancen, Cyberkriminelle global zu verfolgen, sehr gering. Ich kann mich verstellen, ich kann im Auftrag handeln, ich kann Ermittlern vortäuschen, jemand anders zu sein, mich woanders aufzuhalten. Und da das Internet international und unkontrolliert ist, gibt es keine nationale oder internationale Cyberpolizei. Für Internetdiebe ist es oft ein risikoloses Verbrechen, mit womöglich astronomischen Gewinnen. Wird ein Computernetzwerk oder ein Server mit einem hohen Datenaufkommen bombardiert, kann das System zusammenbrechen. Ein solcher konzertierter Angriff kann eine Firma ruinieren und einen Schaden in Millionenhöhe anrichten. Genau das ist im britischen Glücksspielportal Blue Square im Oktober 2004 passiert. Das Interessante daran war, dass es sich um einen der ersten Fälle dieser Art handelte. So wurde die Polizei auf diese neuen Verbrechen aufmerksam. Sie musste erst einmal Methoden entwickeln, um herauszufinden, wer dahinter steckt. Die Firma war von einem sogenannten Botnet angegriffen worden. Einem Netzwerk aus gekaperten Rechnern, die Schadprogramme verbreiten. In diesem Fall ein Trojaner. Ein Trojaner ist sozusagen eine Hintertür in den Computer. Es ist ein kleines Programm, über das man einen fremden Computer aus der Ferne steuern kann. Trojaner werden oft in einem Virus versteckt. Infiziert man damit sehr viele Computer, erhält man ein sogenanntes Robot Network oder Botnet. Damit kann man Angriffe in enormer Größenordnung starten. Russische Internetkriminelle legten die Rechner des Glücksspielportals mit Hilfe eines DDOS-Angriffs lahm. Übersetzt steht das Kürzel für verteilte Dienstblockade. Es ist ein Mittel, bei dem viele Computer andere Computer mit elektronischen Informationen überhäufen. Etwa von Unternehmen oder von Behörden, wie Polizeistationen, Universitäten. Der Zweck ist, so viele elektronische Daten zu senden, dass der andere Server oder Rechner unter der Informationsflut zusammenbricht. So wird der Rechner lahmgelegt und es lassen sich keine Geschäfte mehr abwickeln. Die Server des Glücksspielportals wurden mit Daten überschwemmt. Die Kunden erlebten, dass ihr Computer immer langsamer wurde, bis fast nichts mehr ging. Die Internetseiten bauten sich auf ihren PCs nur noch sehr langsam auf. Die Täter operierten von einem geheimen Ort aus und erpressten die Betreiber des Portals. Wir fanden eine E-Mail, die an unseren Kundendienst geschickt worden war. Wir sollten Lösegeld bezahlen, damit die Erpresser mit ihren Angriffen aufhören. Die E-Mail der Cyberkriminellen war sehr deutlich. Hallo, wir greifen euch an. Wir warten auf eine Überweisung von 20.000 Dollar auf unser Bankkonto. Denkt darüber nach, wie viel Geld ihr verliert, wenn ihr außer Betrieb seid. Aber wenn ihr uns bezahlt, stellen wir den Angriff sofort ein. Die Angreifer drohten, der Firma einen Schaden von mehr als drei Millionen Euro zuzufügen. Es war der blanke Horror. Für mich und die Belegschaft. Solche Angriffe, nichts als eine moderne Form der Schutzgelderpressung. Wir hatten keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Und ich rief die zuständige Polizeidienststelle an. Der Fall wurde Mick Dietz, dem Leiter der Abteilung für Internetkriminalität, zugeteilt. Es sah nach einem neuen Trend aus, der so schnell nicht vorbeigehen würde. Es mussten Entscheidungen gefällt werden. Wie sollten die Betreiber reagieren, wenn sie eine Geldforderung erhalten? Sie beschlossen, nicht zu zahlen. Von der Entscheidung hing das Überleben der Firma ab. Es herrschte ein enormer Druck, denn unsere Firma wurde angegriffen. Der Umsatz blieb aus und das kann natürlich einen verheerenden Einfluss auf das ganze Geschäft haben. In der virtuellen Welt tobte eine Schlacht zwischen gegnerischen Computern und Servern. Die bedrohte Firma vergrößerte ihre Internetkapazität, damit die Kunden weiterhin Wetten platzieren konnten und um so die Angriffe zu vereiteln. Bei einer Erpressung gibt es zwei Ansatzpunkte. Man sieht sich den Angriffsmodus an oder den schwächsten Punkt und das ist die Geldübergabe. Man kann jemanden leicht bedrohen, aber man muss einen Weg finden, das Geld zu kassieren, ohne dass man den Täter zurückverfolgen kann. Firma und Ermittler beschlossen, in die Offensive zu gehen. Sie boten den Erpressern Geld an. Die Absicht, dessen Weg durch die Bankcomputer zu verfolgen. Wir blieben dem Geld auf der Spur und stießen auf zehn Personen in Litauen. Von dort wanderte das Geld hinüber nach Moskau und von Moskau nach Südrussland. Wir konnten der Spur des Geldes also folgen. Die Internettäter konnten festgenommen werden, aber die Hintermänner stachelte das zu einer noch schärferen Attacke an. Blue Square, guten Morgen. Hallo. Kann es sein, dass Ihre Webseite offline ist? Ja, im Moment sind wir offline. Ich möchte mit jemandem sprechen, der die Webseite wieder online stellen will. Sie möchten mit jemandem sprechen? Bitte stellen Sie mich zum Boss durch oder jemand Entsprechenden. Ich bin verantwortlich dafür, dass Ihre Webseite offline ist. Einen Moment bitte. Das war ein Schock. Der Anruf wurde zu mir durchgestellt und ich führte ein längeres Gespräch mit dem Mann. Ich fand das sehr unangenehm. Er war unnachgiebig, aber ich meinte, ich würde auf keinen Fall eine Zahlung in Erwägung ziehen. Da setzte er uns ein Zeitlimit. Es folgten neue Angriffe. Noch schlimmer als alles, was Blue Square bisher erlebt hatte. Es dauerte eine ganze Woche, von Montagmorgen bis Sonntagabend. Doch Blue Square blieb hart und hielt lange genug durch, bis die britische und russische Polizei zuschlagen konnten. Die Hintermänner des Angriffs wurden aufgespürt und ihrem Treiben wurde ein Ende gesetzt. Die Operation war erfolgreich und sie signalisierte der beteiligten Hacker-Gemeinde in Russland, dass Großbritannien nicht der geeignete Ort für solche Angriffe war. Man würde sie jagen, wenn sie britische Unternehmen dermaßen behinderten. So gesehen freuten wir uns über die russischen Aktivitäten, aber wir müssen noch mehr tun. Der Kampf gegen diese Cybergang war erfolgreich. Aber immer öfter versuchen Internetkriminelle Unternehmen mit gezielten Computerangriffen zu erpressen. Die Botnets gibt es noch. Irgendwem gehören sie. Aber wir als Industrie haben den Angreifern gezeigt, dass wir solche Erpressungsversuche nicht dulden. Wir werden auf keinen Fall Schutzgelder zahlen. Ob sie dadurch gestoppt werden, ist eine andere Frage. Bei Internetverbrechen ermitteln IT-geschulte Polizeibeamte, sogenannte Cybercops. Haben sie einen Verdächtigen gefasst, beschlagnahmen sie erst einmal seinen Computer. Bei der Beschlagnahmung muss protokolliert werden, ob der Computer ein- oder ausgeschaltet war, ob er ausgeschaltet werden musste und wie und warum das geschah. Dann wird er eingepackt und beschriftet. Die verdächtigen Rechner werden zur Überprüfung ins forensische Labor gebracht. Die Festplatte eines Computers ist zweifelsohne ein Tatort. Denn von dort gingen nicht nur die strafbaren Handlungen aus. Man findet neben den verdächtigen Dateien auch eine ganze Chronik der Aktivitäten. Und Dokumente, die für den Ermittler wertvoll sein können. Eine Festplatte ist wie ein Raum, in dem ein Diebstahl oder Mord stattgefunden hat. Daten auf einer Computerfestplatte sind extrem langlebig. Auch wenn man sie gelöscht hat, sind sie nicht ganz verschwunden. Man sagt dem Verzeichnis auf der Festplatte nur, dass man diese Datei nicht länger benötigt. Aber sie bleibt noch lange Zeit erhalten, bis die Festplatte so voll ist, dass der Platz, den die Datei einnahm, überschrieben werden muss. Forensische Ermittler können gelöschte Dateien wieder sichtbar machen und so genau feststellen, wann ein Verbrechen begangen wurde. Alle Dateien auf dem Computer sind mit einem Datums- und Zeitstempel versehen. Mit dem entsprechenden Programm kann man sie chronologisch anzeigen lassen und Folgendes sehen. Person A hat das getan und dann das und dann das und so weiter. Dadurch wird erkennbar, ob ein Verbrechen in Auftrag gegeben oder für eines recherchiert wurde. Oder es zeigt die Verfassung des Computerbenutzers, was für die Ermittlung auch wichtig ist. Forensische Ermittler müssen den Verbrechern immer einen Schritt voraus sein. Sie kennen die neuesten Techniken und wissen, wie ein kriminelles Gehirn funktioniert. Stanley Rifkin hatte es 1978 da noch einfach. Es war ein Bankraub, den es in Amerika so kaum gegeben hat. Der Computerexperte Stanley Rifkin wurde angeklagt, die Computer der Security Pacific National Bank manipuliert und 10 Millionen Dollar erbeutet zu haben. Der Fall Stanley Rifkin hat große Aufmerksamkeit erregt, weil es um sehr viel Geld ging. Das erbeutete Geld tauschte er gegen Diamanten ein. Rifkin war ein schillernder Charakter. Perfekt ist ein Verbrechen, wenn keiner merkt, dass es überhaupt stattgefunden hat. Rifkin hätte es fast geschafft. Er gilt als der erste Computerkriminelle der Welt. Er hat seine Macht missbraucht. Es war ein typischer Insiderbetrug. Das passiert ständig, wahrscheinlich mehrere Fälle jedes Jahr. Im Oktober 1978 hatten Polizei, Banken und Regierungen noch keine Ahnung, dass man Verbrechen mit Computern begehen kann. Man war also völlig unvorbereitet, als es so aussah, als habe eine Bank in Los Angeles einfach so 10 Millionen Dollar verloren. Rifkin war es gelungen, mithilfe einer einzigen elektronischen Banküberweisung 10,2 Millionen Dollar zu erbeuten. Ein raffinierter Coup. Das alles gelang ihm, ohne dass er sich eine Waffe oder ein Fluchtauto beschaffen musste. Rifkin war seiner Zeit so weit voraus, dass die Bank erst durch einen Anruf vom FBI merkte, dass sie betrogen worden war. Damals war es der größte Bankraub aller Zeiten in den USA. Rifkin hatte als externer EDV-Experte Zugang zur Buchungsabteilung der Bank. Dort erfuhr er, wie man Geld um den gesamten Globus verschickte. Als Vorsichtsmaßnahme wurden jeden Tag die Sicherheitscodes geändert. Doch Rifkin beobachtete, dass die Bankangestellten die täglichen Codes auf Zetteln notierten. Er bereitete seinen Coup vor, eröffnete ein Schweizer Bankkonto und engagierte einen Diamantenhändler. Dann machte er sich ans Werk. Am 25. Oktober 1978 betrat er die Buchungsabteilung, sah den Tagescode und merkte ihn sich. Später, am selben Tag, rief er die Buchungsabteilung unter falschem Namen an und behauptete, er arbeite für die Auslandsabteilung der Bank. Alles ganz einfach. Schon ging das Geld von New York aus auf Rifkins Konto in der Schweiz. Bei mehr als 1500 Überweisungen am Tag mit einem Volumen von fast vier Milliarden Dollar fiel der Auftrag nicht weiter auf. Rifkin bestieg in aller Ruhe ein Flugzeug und flog in die Schweiz, um den zweiten Teil seines Plans in die Tat umzusetzen. Und da kamen die Diamanten ins Spiel. Die lassen sich nur schwer zurückverfolgen und können leicht in saubere Dollars verwandelt werden. Und Rifkin hatte vor, Steine im Wert von mehreren Millionen zu kaufen. Der von ihm beauftragte Diamantenhändler erschien in der Genfer Niederlassung eines russischen Edelsteinexporteurs. Er kaufte Diamanten für seinen Klienten und ging davon aus, das Geld dafür stamme aus einer seriösen Quelle. Einen Tag lang wählte er kostbare Steine aus. Dann verließ er das Geschäft mit fast neun Kilo Diamanten. Im Wert von 8,1 Millionen Dollar. Rifkin gelang es, die Steine in die USA zu schmuggeln und dort begann er sofort, sie wieder abzustoßen. Nur fünf Tage nach dem Bank-Coup verkaufte er in Beverly Hills zwölf Diamanten für 12.000 Dollar. Doch dann machte Rifkin einen Fehler. Er war eitel und prallte vor einem Kollegen mit seinem Millionen-Dollar-Coup. Doch der verriet ihn an das FBI. Nun war ihm die Polizei auf den Fersen. Keine zwei Wochen nach dem Raub wurde Rifkin geschnappt. FBI-Beamte fanden einen Koffer mit 12.000 Dollar Bargeld bei ihm und 40 Päckchen Diamanten. Rifkin drohte eine Anklage wegen Betrugs und eine zehnjährige Haftstrafe. Deshalb war er bereit auszupacken und erklärte den Ermittlern und Computerexperten, wie einfach man die Sicherheitsvorkehrungen umgehen und anonym Geld stehlen kann. Ende März 1979 bekannte er sich schuldig und wurde zu acht Jahren Haft verurteilt. Für die Bank war der Raub letztendlich sogar ein Glücksfall. Sie verschärfte die Sicherheitsvorkehrungen beim elektronischen Geldtransfer und erhielt zwei Millionen des gestohlenen Geldes zurück. Und sie verkaufte die Diamanten. Die brachten 13 Millionen Dollar ein. Und so machte die Bank zu guter Letzt durch Rifkins Betrug fast 5 Millionen Dollar Gewinn. Seit Rifkins Tagen ist viel passiert und elektronischer Bankraub wird immer ausgeklügelter. Heute kopieren Internetdiebe Zugangsdaten mithilfe spezieller Software. Sie knacken Verschlüsselungen und Sicherheitsvorkehrungen. Alles in der Hoffnung, groß abzusahnen. Eine Waffe der kriminellen Hacker sind sogenannte Keylogger, Tastenerfasser. Keylogger sind einfache Programme, die im Hintergrund arbeiten und alle Tastaturanschläge aufzeichnen, die man an seinem Computer macht. Auf diese Weise finden Cyberkriminelle Benutzernamen und Passwörter heraus. Damit besuchen sie dann bestimmte Webseiten unter dem falschen Namen. Sie können die Bankdaten des Benutzers einsehen, Geld abheben oder Geld von dessen Konto überweisen. Sind die Verbrecher erst einmal im Besitz der Konto- oder Kreditkartennummern, können sie Geld ausgeben, bis das Kartenlimit erreicht ist. So rauben sie die Bank aus im Namen ihrer eigenen Kunden. Ron Morris ermittelte als Forensiker beim Secret Service der USA in einem groß angelegten Kreditkartenbetrug. Bei einem meiner besten Fälle ging es um einen Mann, der in Miami festgenommen wurde. Er hieß Tamm. Mr. Tamm und seine Komplizen besaßen eine Reihe gefälschter Kreditkarten, die sie skrupellos einsetzten. Ich glaube, es waren an die 600 Karten. Tamm Wai Kang aus Hongkong war einer der erfolgreichsten Kreditkartenbetrüger der Welt. Er kam jedoch noch ohne Keylogger aus. Er unterhielt zur damaligen Zeit einen der größten Fälscheringe, die es je gab. 1993 erschlich sich Tamm Geld im Wert von 65 Millionen Dollar. So eine Schätzung der Polizei. Er fälschte bis zu 5000 Kreditkarten pro Tag. Mit ihnen versorgte er Betrüger auf der ganzen Welt. Hier haben wir es mit einem Kriminellen zu tun, der als Kreditkartenfälscher von 1989 bis zu seiner Festnahme im Januar 1993 immer perfekter wurde. Und dessen Fälschungen man immer schwerer erkennen konnte. Tamm wurde gefasst, als er und seine Komplizen sich als Touristen ausgaben und in einem Einkaufszentrum in Miami auf Shoppingtour gingen. Die beiläufige Art, mit der sie in drei Tagen 650.000 Dollar verprassten, ließ ein paar Verkäuferinnen misstrauisch werden. Das Sicherheitspersonal begann sie genauer zu beobachten. Die Wachleute hatten keine Ahnung, dass sie einer der größten Betrügerbanden der Welt auf der Spur waren. Als die Polizei zuschnappte, fand sie bei Tamm und seiner Gang hunderte von Kreditkarten, die mit gestohlenen Daten neu geprägt und kodiert worden waren. Tamm machte Geld, indem er die gefälschten Karten an andere Betrüger verkaufte. Außerdem erwarb er selbst in der ganzen Welt Luxusgüter und Schmuck, die er dann im fernen Osten wieder verkaufte. Als der einheimische Markt abgegrast war und sie mit Gegenmaßnahmen rechnen mussten, suchten sie sich neue Ziele. Als erstes waren Europa und Kanada dran, 1990 und 1991. Dort richteten sie Logistikzentren ein. Und Kanada benutzten sie dann als Sprungbrett für den großen amerikanischen Markt. Tams Betrügerring operierte nun global. Die von ihm gefälschten Karten gehörten nach Einschätzung von Experten zu den besten auf dem Markt. Denn die Angaben darauf waren ja echt. Er beschaffte sich die Kundendaten von korrupten Bankbeamten und Einzelhändlern, die solche weiterverkauften. Tams Vorgehensweise war von krimineller Effizienz. Er reiste in die USA, kaufte Waren im Wert von hunderttausenden Dollar und verkaufte sie, bevor die Kreditkartenunternehmen von dem Betrug Wind bekamen. Nach Tams Festnahme prüfte der amerikanische Secret Service die Karten, die man bei ihm und seinen Komplizen gefunden hatte. Diese Karten wurden fast genauso hergestellt wie Original-Kreditkarten. Es waren täuschend echte Karten. Die Ermittler gingen ans Werk. Morris und sein Team mussten eine Reihe technischer Untersuchungen vornehmen, um nachzuweisen, ob es echte oder falsche Karten waren. Ich untersuchte das Hologramm, den Aufdruck, die Prägung auf der Karte und natürlich auch den Magnetstreifen auf der Rückseite. Die Ermittler lasen die im Magnetstreifen kodierte Information mit einem speziellen Scanner und verglichen die Daten mit den eingeprägten Angaben. Neben Daten und Aufzeichnungen können auch die Struktur und chemische Zusammensetzung des Plastiks analysiert werden. So lässt sich feststellen, welche Karten aus welcher Fälscherwerkstatt stammen. Ich hatte Karten im Labor, die ich zum Vergleich heranzog, wenn ich von anderen Ermittlern welche zugeschickt bekam. Nach diesen Untersuchungen stellten Morris und sein Team fest, dass Tams Kreditkarten mit tausenden anderen Exemplaren übereinstimmten, die sie in den vergangenen Jahren geprüft hatten. Der Fall Tam war sehr interessant für mich, denn ich konnte zeigen, dass Kreditkarten aus der ganzen Welt aus derselben Fälscherwerkstatt stammten. Das war das Lohnendste an diesem Fall. Ich wirkte bei der Zerschlagung eines bedeutenden Fälscherrings mit. Tam Waikang hatte seine letzte Karte ausgespielt. Tam nutzte als einer der ersten Kriminellen die moderne Digitaltechnik, um auf illegalem Weg Millionen zu machen. Viele Internetdiebe versuchen es auf die gleiche Weise, aber die Banken wissen inzwischen besser, wie sie sich schützen können. Die Banken haben Hintergrundprogramme im Einsatz, die dauernd nach ungewöhnlichen Mustern Ausschau halten, die auf Betrug hindeuten könnten. Im Moment haben wir Fälle in kleinerem Maßstab. Immer noch sehr viele, aber nicht in dieser Größenordnung. Doch noch so viele Sicherheitssysteme schrecken Cyberkriminelle nicht ab. Rund um den Globus gibt es immer neue Versuche, das Internet für illegale Zwecke zu nutzen. Kriminelle Hacker verschaffen sich aus der Ferne unbefugt Zugang zu Betriebssystemen und Daten von Privatleuten und Unternehmen. Hacker können auch zu einer organisierten Bande gehören, die ihr Unwesen im Netz treibt. Statt einer Schutzgelderpressung auf der Straße, bei der man eine bestimmte Summe zahlen muss, um im Geschäft zu bleiben. Hacker können sich online organisieren. Bedrohte Unternehmen müssen zahlen oder man bricht in deren Computersysteme ein. Auf noch höherer Ebene könnte eine Gruppe von Hackern von einem Staat eingesetzt und von der Regierung eines Landes unterstützt werden. Alle Datenbanken und Dateien, die in einem Computer gespeichert sind, können sabotiert oder gestohlen werden. Jim Settle leitete früher die Abteilung Computerkriminalität beim FBI. Heute sucht er Schwachstellen im Sicherheitsnetzwerk von Regierungskomputern. Wir können von überall in jedes Computersystem eindringen, in den USA und auf der ganzen Welt. Es spielt keine Rolle, wo sich das Netzwerk befindet oder wo wir sitzen. Man kann in Systeme einbrechen und niemand wird feststellen, dass wir drin waren. In den meisten Fällen bleiben wir unentdeckt. Es ist sehr einfach, sich Zugang zu verschaffen. Es dauert maximal vier Stunden und manchmal nur fünf Minuten. Und schon haben wir es. In den 50er und 60er Jahren, der Frühzeit des Computers, interessierten sich Hacker nur für die Funktionsweise der verschiedenen Betriebssysteme. Es gab noch keine betrügerischen Absichten. Die ersten Hacker haben den Personal Computer erfunden. Sie sahen die neuen Chips, die für die Prozessverwaltung bestimmter Maschinen erfunden worden waren. Ihre Kapazität reichte aus, um damit einen eigenen Computer zu bauen. Das war die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs Hacker. Oft waren es Programmierer, die effizientere Wege suchten, Informationen durch schwerfällige Computernetzwerke zu verschicken. Allmählich bekam das Wort einen Beiklang von krimineller Aktivität. Hacken wird heute oft definiert als mutwilliges Eindringen in einen Computer mit betrügerischer Absicht. Alle Computer mit Internetzugang sind verwundbar, egal wie sehr man sie mit Antivirenprogrammen, Firewalls und einem Passwortschutz ausstattet. Kriminelle Hacker haben sich in organisierte Verbrecher verbandelt. Ihre Taten werden immer ausgeklügelter, weil die Technologie so viel besser geworden ist. Egal ob Hardware oder Software, beides ist viel sicherer geworden. Die Angriffe sind inzwischen raffinierter, gezielter und viel schwieriger zu bekämpfen. Zu den Waffen, mit denen Kriminelle Einzelcomputer und Netzwerke schädigen können, gehören Schadprogramme wie sogenannte Viren. Ein Virus vermehrt sich selbst, aber er wird mit einem Programm oder einer Datei eingeschleust. Viren werden im Computer des Opfers aktiv. Sie können Unbefugten heimlich Zugang und Kontrolle über den gekaperten Computer verschaffen. Es gibt viele Arten von Viren. Nicht alle zerstören Daten. Einige dienen dazu, wertvolle Informationen an den Übeltäter zurückzusenden. Viren sind einfach kleine Softwareprogramme, die den Zweck haben, Schaden anzurichten. Sie können Handy-Adressbücher ausspionieren oder Kreditkartendaten. Viren verbreiten sich inzwischen viel schneller, weil es so viele mobile Geräte gibt. Besonders raffiniert sind sogenannte Logikbomben. Bis sie ihre schädliche Wirkung im Computer des Opfers entfalten, hat der Täter jede Spur verwischt. Logikbomben sind Daten, die man in den Computer einschmuggelt, die aber nicht sofort aktiv werden. Beispielsweise ein Programm, das bestimmt, wenn der Buchstabe F 56 Mal getippt wurde, dann startet beim 57. Mal ein Schadprogramm. Und das könnte alles Mögliche sein. Eine beleidigende Nachricht oder das Löschen von Daten. Heutzutage sind Logikbomben oft mit einem Virus verbunden. Der Virus ist meist das Mittel, um die Bombe in den Computer zu schmuggeln. Es gibt harmlose Viren, die vielleicht nur lästig sind und solche, die Webseiten zerstören. Oder zum Zusammenbruch eines ganzen Netzwerks führen. Das Ziel vieler Virenschreiber ist einfach, ihr Produkt so weit wie möglich zu verbreiten. Man muss sehr viel drauf haben und braucht auch noch Glück, um sie durch die ganzen Abwehrmaßnahmen durchzukriegen. Experten schätzen, dass jederzeit mehr als 100.000 Viren in Umlauf sind. Und täglich werden 20 bis 30 neue identifiziert. Es gibt heute mehr Viren im Internet als je zuvor. Aber die Antivirenfirmen leisten gute Arbeit und filtern die neuen Viren oder Virenfamilien heraus. Es ist ein Wettlauf zwischen Virenschreibern und den Verkäufern von Schutzprogrammen. Ich sehe da so schnell kein Ende. Nur die Mechanismen verändern sich. Viele Viren sind nichts als dumme Streiche, aber manche können ernsthafte finanzielle Verluste verursachen. So ein Fall war der I-Love-You-Virus, der am 5. Mai 2000 übers Internet verbreitet wurde. Ein heimtückisches Computerprogramm. Ein sogenannter Wurm. Er vermehrte sich mit rasanter Geschwindigkeit. Ein Wurm ist ein sich selbst kopierendes, unabhängiges Programm, das im Netzwerken agiert. Hat er sich bis zu einem gewissen Grad vermehrt, verstopft er das Netzwerk. Der I-Love-You-Virus trat zuerst auf den Philippinen auf. Aber er hatte Auswirkungen auf die ganze Welt. Die Opfer erhielten eine E-Mail, die wie ein Liebesbrief aussah. Machte man sie auf, erlebte man eine böse Überraschung. Es wurden sehr viele Computer infiziert. Die Leute hatten auf den Liebesbrief geklickt und damit den Virus immer weiter verbreitet. Der Wurm war für PCs entworfen worden und infizierte die Rechner und Server von Unternehmen, Medien, Regierungen und Millionen Privatnutzern. Dabei zerstörte er wertvolle Daten. In den Computern der Opfer verschaffte er sich Zugang zu den Adressbüchern und schickte an alle gefundenen Kontakte E-Mails. Als Anhang fügte er unter dem Namen Liebesbrief für dich eine Kopie seiner selbst hinzu. Am 13. Mai 2000 waren bereits 50 Millionen Computer weltweit infiziert. Ein geschätzter Schaden von 8 Milliarden Dollar. Das US-Verteidigungsministerium, der Geheimdienst-CIA und die britische Regierung mussten ihre E-Mail-Dienste schließen, um den Wurm loszuwerden. Viele Unternehmen waren gezwungen, offline zu gehen. Sie verloren Aufträge und mussten ihren Kundenservice einstellen. Doch der Wurm ließ sich schnell zu seinen Verursachern zurückverfolgen. Ein philippinischer Internet-Provider erhielt tausende Anrufe von europäischen Computernutzern. Der I-Love-You-Virus stamme von dessen Server. Der Provider warnte sich sofort an die dortige Bundespolizei. Nach mehreren Tagen Überwachung und sorgfältiger Spurensuche im Netz, konnte die Polizei eine häufig benutzte Telefonnummer identifizieren. Und die führte zu einer Adresse in einer Vorstadt von Manila. Dort wohnten die jungen Informatik-Studenten Riomel Ramones und Onel de Guzman. Beide wurden festgenommen. Doch es gab keine Gesetze, aufgrund derer die beiden hätten angeklagt werden können. Guzman erklärte beim Verhör, er habe den Virus versehentlich losgeschickt und man konnte nicht beweisen, dass er ihn geschrieben hatte. Ich weiß nicht. Ich war an dem Tag nicht im Büro. Der Verdacht fiel auf einen seiner Freunde, Michael Buen, dessen Name mit einem sehr ähnlichen Virus in Zusammenhang stand. Die Polizei ermittelte an dem Computer College in Manila, an dem Buen studiert hatte. Auch Guzman hatte es besucht, sein Studium aber kurz vor dem Abschluss abgebrochen. Die Ermittler entdeckten, dass Guzman sich nicht nur mit Computerviren auskannte, er hatte auch vorgeschlagen, extra für seine Abschlussarbeit einen zu erschaffen. Er wollte einen Trojaner entwickeln, der Passwörter, Adressen und Dateien stehlen konnte. Doch sein Vorschlag wurde als rechtswidrig abgelehnt und Guzman vom College geworfen. Der I-Love-You-Virus könnte seine Rache gewesen sein. Seine Kommilitonen bewunderten ihn jedenfalls. Wir Filipinos sind stolz auf ihn und das, was er getan hat. So was können nur wir Filipinos. Auch wenn wir ein dritter Weltland sind. Wir haben die Macht, so was zu initiieren. Da es damals auf den Philippinen keine Gesetze gab, die das Schreiben von Schadprogrammen bestrafen, wurden die drei Studenten freigelassen und die Staatsanwaltschaft ließ die Anklage fallen. Das sorgt für einen sehr ungünstigen Eindruck. Jetzt denken die jungen Leute, Virenschreiben sei cool, man wird dadurch berühmt und hat seinen Spaß. Uns wäre es lieber, wenn Virenschreiber das Image von Mistkerlen hätten, die großen Schaden anrichten. Man sollte ihnen nicht dafür auch noch gratulieren. Politisch motivierte Hacker können mit Computerviren und anderen Schadprogrammen sogar die nationale Sicherheit gefährden. Alle Computer, die mit dem Internet verbunden sind, können aus der Ferne sabotiert und ausspioniert werden. Der Datenfluss der Regierungen der westlichen Welt. Unsere gesamte Infrastruktur aus Eisenbahnen, Flughäfen, Ölpipelines, Raffinerien und Fabriken hängt von Datenflüssen ab. Unsere gesamten Handelsaktivitäten, alles ist durch Angriffe verwundbar. Auch Jim Settle kennt die Gefahren des Cyberterrorismus. Ich bräuchte nur zehn Hacker, um dieses Land zum Stillstand zu bringen. Wir würden Hacker aus den USA nehmen, denn sie sollten aus dem Land stammen, das wir attackieren wollen. Wir greifen die Infrastruktur an und bringen wichtige Dienste zum Stillstand. Man kann nicht mehr telefonieren, hat keinen Strom mehr. Die verheerenden Schäden, die bösartige Programme wichtigen Kommunikationssystemen zufügen können, lassen Regierungen mehr und mehr in die Offensive gehen. Nach Berichten der Nationalen Sicherheitsbehörde der USA entwickeln mindestens 100 Regierungen Viren und andere Cyberwaffen im Kampf gegen digitalen Terrorismus. Vor allem in den USA geht die Angst um, besonders angreifbar zu sein für Cybercrime. Tatsache ist, dass man die USA wegen ihrer starken militärischen Macht nicht direkt angreifen kann. Also nimmt man unsere wunden Punkte aufs Korn. Und das sind das Internet und unsere Abhängigkeit von Technik im Allgemeinen. Über das Internet kann man sowohl den Zivilbereich als auch das Militär schädigen. Feindliche Länder finden auf diese Weise einen Angriffspunkt, den sie sonst nicht hätten. Die Abwehr solcher Angriffe ist Aufgabe der FBI-Abteilung für Computerkriminalität. Dort werden alle Informationen über Angriffe auf Computer- und Telefonnetzwerke koordiniert. Eine der ersten Warnungen, was ein Cyberkrieg bedeuten kann, kam 1998. Damals versuchten mehrere Hacker, sich Zugang zum Hochsicherheitsnetzwerk des Pentagons zu verschaffen. Webseiten des Pentagons und anderer Militäreinrichtungen standen unter Beschuss. Die Angriffe, die Solar Sunrise genannt wurden, wertete man als Generalprobe für zukünftige, noch gefährlichere Cyberattacken. Sie führten letztlich zu einer verbesserten Sicherheit der Militärcomputer. Solar Sunrise war wirklich ernst zu nehmen. Top-Leute aus dem Verteidigungsministerium nannten es das bis dahin gefährlichste Eindringen in staatliche Computer. Der Vorfall geschah während erhöhter Spannungen in der Golfregion. Saddam Hussein widersetzte sich damals den Waffeninspektoren der UN. Man fürchtete, dass Irak einen Cyberangriff führte. Es ging hoch bis zum Präsidenten, so ernst war es. Was wirklich hinter dem Angriff steckte, wurde von einem jungen Hacker aufgedeckt. John Vranisovic unterhielt eine beliebte Webseite, auf der Hacker mit ihren Taten prallten. Er spürte die Schuldigen im Internet auf. Es waren keine Iraker, sondern zwei 16-jährige Jungen aus Kalifornien. Ich kam an ein paar Logdateien ran, in denen das Eindringen dieser Hacker protokolliert war. Einige davon betrafen Supercomputer des US-Militärs. Es war kein Wunder, dass das Militär wegen des Vorfalls so in Sorge war. Dann stellte sich heraus, dass der eigentliche Kopf der Aktion ein Hacker aus Israel war. Er stand kurz vor seiner Einberufung zum Militär. Er brachte im Internet amerikanischen Teenagern bei, wie man Webseiten angreift und riet, es beim Netzwerk der NASA zu versuchen. Uns machte Sorgen, dass hier Teenager von Bürgern aus anderen Ländern instruiert wurden. Man wusste nicht, warum Tenebaum das tat. Jungleute hielten es für cool, Tricks mit einem Gleichgesinnten auszutauschen. Aber sie kannten seine Motive nicht und warum er wollte, dass sie bestimmte Dinge taten oder lernten. Wir wissen bis heute nicht, wo dieser Mann überall seine Informationen verteilt hat. Das macht es sehr besorgniserregend. Computerforensik ist eines der anspruchsvollsten Gebiete der Forensik. Und für die Ermittler in der virtuellen Welt ist es ein permanenter Kampf, schneller zu sein als die Internetdiebe. Jeden Tag werden Cyberkriminelle davon abgehalten, ihre Online-Straftaten zu begehen. Wir hören nur nie etwas davon. Je fortgeschrittener die Computertechnologie ist, desto raffinierter gehen Straftäter und Ermittler vor. Bezüglich der Gefahren im Internet müssen wir akzeptieren, dass alles, was wir im Alltag tun, so sehr mit Computern und Telekommunikationstechnik verbunden ist, dass wir alles nicht mehr trennen können. Die Cyberwelt verändert sich immer wieder und nichts ist festgeschrieben. Das ist unser Problem. Man kann die Menschen nicht über Sicherheitsvorkehrungen informieren und glauben, das würde für die nächsten 40 Jahre reichen. Ich bin sehr optimistisch. Wir sind einen Schritt voraus. Aber trotzdem müssen wir wachsam bleiben. Wir müssen den Kriminellen immer einen Schritt voraus sein. Der Kriminellen muss nur einen Schritt voraus sein.